Christa Lehmann war eine deutsche Schauspielerin und Theaterregisseurin. Zudem lehrte sie als Professorin an der Musikhochschule Weimar, Leben. Ihren Schauspielunterricht erhielt Lehmann an der Schauspielschule des Deutschen Theaters in Berlin, ehe sie über ein Engagement in Frankfurt 1947 nach Weimar kam. Hier spielte sie ihre erste Rolle unter der Regie von Lothar Müthel mit Hebbels Marianne. Über 25 Jahre wirkte sie hier nach am Deutschen Nationaltheater Weimar, wo sie sich zu einer überregionalen bekannten Persönlichkeit im Bereich Schauspiel und Regie entwickelte. Ab 1959 war Lehmann als Hochschullehrerin an der Weimarer Musikschule tätig. Zu dieser Zeit folgten auch ihre ersten Regiearbeiten an der Opernschule. An dieser Spielstätte wurde sie zum Ehrenmitglied und Professorin ernannt. Später war die vitale Schauspielerin auch im Film zu sehen. Bei der DEFA spielte sie zum Beispiel in Hans Röckle und der Teufel. Die Verlobte oder Klassiker vor Filmungen wie Kabale und Liebe und Lotte in Weimar. Besonders als die grantelnde Tagelöhnerin Habersaat in dem Fernsehmehrteiler Wege übers Land blieb Lehmann auch dem Fernsehpublikum der damaligen DDR in Erinnerung. Filmografie, 1959, Kabale und Liebe, 1968, Wege übers Land, 1971, Du und ich und Kleinparis, 1971, Die kürzeste Nacht, 1974, Hans Röckle und der Teufel, 1975, Lotte in Weimar, 1975, Bin ich Moses, 1977, Unterwegs nach Atlantis, 1977, Rotkäppchen, 1977, Die unverbesserliche Barbara, 1978, Die Schildkröte hat Geburtstag, 1980, Die Verlobte, 1984, Eine sonderbare Liebe, Hörspiele, 1971, Günther Röcker, Porträt einer dicken Frau, Regie, Günther Röcker, 1984, Brigitte Hähnel, Erläutern Sie die Herstellung eines Sudes Vollbier, Regie, Horst Liebach, 1984, Slatko Seseltsch, Die Abenteuer der kleinen Magdika, Regie, Albrecht Surkau.